Hallo, ich bin Martin Kneppek, Inhaber von Kneppek Augenoptik und Optometrie in Oldenburg. Wir suchen dich als Augenoptiker oder Optometrist. Unser Fachgeschäft steht für ein Mix aus Mode, hochwertigen Produkten und optometrischen Dienstleistungen. Das menschliche Miteinander ist uns wichtig, ob im Team oder im Kundenkontakt. Das war eine gute Entscheidung hier hinzukommen, weil ich tatsächlich hier direkt ins Team aufgenommen wurde und wirklich mitgezogen wurde. Er wollte viel über meine Persönlichkeit wissen, was ich sehr spannend fand, weil wir einfach viel zusammenarbeiten. Und er sagte, das muss erst mal auf der persönlichen Ebene passen. Das habe ich genauso gesehen. Also ich habe hier echt viele Möglichkeiten. Auch was das Handwerk angeht, und da sind wir wirklich sehr gut aufgestellt. Mir geht es halt eher um gutes bedarfsorientiertes Beraten. Das ist halt hier so. Ja, wir haben schon sehr dankbare Kunden dann auch. Der Lötkasten da hinten, das ist das, was Martin wirklich von zu Hause mitgebracht hat, um mir zu zeigen, wie das wirklich funktioniert. Und er ist halt Optiker durch und durch und der macht das halt einfach so gerne, dass er sein Wissen auch einfach gerne weitergibt. Für mein bestehendes Team bin ich dankbar und hoffe auf eine Ergänzung durch dich. Ich freue mich auf deine Bewerbung.